Klagegegner Burnout? Kann ich ein Burnout wegklagen? Das fragt mich ein bisschen verklausuliert, zugegeben ein Mandant. Er spricht nicht von Burnout wegklagen, aber davon, ob es gerichtliche Abhilfe gibt gegen eine berufliche Überlastungssituation. Ein ernstes Thema. Viele Arbeitnehmer, die tatsächlich oder gefühlt überlastet sind am Arbeitsplatz, die vergessen, dass sie gar nicht Supermann sein müssen am Arbeitsplatz. Das behauptet nicht ich, der Arbeitnehmeranwalt. Das behauptet das Bundesarbeitsgericht. Kennen Sie den Merkspruch? Ich muss als Arbeitnehmer nur das tun, was ich soll, wenn ich denn kann. Oder genauer, so gut, wie ich es eben kann. Und ist es nicht so gut, dann ist das für sich betrachtet kein Kündigungsgrund. Viele fürchten die Kündigung wegen Schlechtleistungen zu Unrecht. Viele kann man beruhigen. Das sollten Sie als Betriebsrat auch immer versuchen, wenn ein Arbeitnehmer, ein Kollege von Ihnen vollkommen überlastet ist. Aber es ist schon richtig, der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und nicht immer kommen Arbeitgeber dieser Fürsorgepflicht in der Praxis auch nach. Wenn nicht, dann denken Sie an die fiesen vier. Die kennen Sie nicht? Vier Wege hat der Arbeitnehmer, um gegen eine Überlastungssituation vorzugehen. Leider sind es nur vier. Weg Nummer eins, die Überlastungsanzeige. Der Arbeitnehmer darf und er soll auch, wenn er dauerhaft überlastet ist, dem Arbeitgeber hiervon Kenntnis geben. Das ist wichtig. Anderenfalls wird der Chef behaupten, er habe von Ihrer persönlichen Überlastungssituation nichts gewusst. Und dann kann er auch keine Abhilfe schaffen. Teilen Sie also als Arbeitnehmer am besten unterstützt durch den Betriebsrat dem Arbeitgeber schriftlich mit, worin genau Ihre Überlastung besteht. Und erwähnen Sie auch, wie Sie sich die Zuarbeit des Arbeitgebers konkret vorstellen, um die Überlastungssituation abzumildern. Weg Nummer zwei, verlangen Sie als Arbeitnehmer, ebenfalls unterstützt durch den Betriebsrat oder die Schwerbehindertenvertretung, die Gefährdungsbeurteilung. Sie wissen es, der Arbeitgeber muss für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Die muss vollständig sein, zutreffend und immer aktuell. Es ist also eine gute Idee, nachzufragen, ob eine solche Gefährdungsbeurteilung erstellt wurde und zu überprüfen, ob diese noch aktuell ist. Weg Nummer drei, verlangen Sie Abhilfe, nicht nur beim Arbeitgeber, sondern auch beim Betriebsrat selbst. Sie wissen es, jeder Arbeitnehmer hat ein Beschwerderecht gegenüber dem Betriebsrat. Auch wegen einer Überlastungssituation. Der Betriebsrat muss dann entscheiden auf einer Sitzung, ob die Beschwerde berechtigt ist. Wenn ja, kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber Abhilfe verlangen. Möglicherweise liegt ein kollektiver Tatbestand vor. Dann wäre im Streitfall bei ausbleibender Abhilfe sogar die Einigungsstelle zuständig. Weg Nummer vier, und hierauf wollte der Mandant zu sprechen kommen, die Klage. Eine Leistungsklage. Gerichtet auf die Beendigung der Überforderungssituation am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer, die den Arbeitgeber verklagen, müssen allerdings über eine hohe prozessuale Hürde springen. Sie brauchen eine Art Arbeitstagebuch, ein Belastungstagebuch, um vor Gericht tatsächlich obsiegen zu können. Der Erfolg in solchen Prozessen ist selten. Das ist der Grund, warum Arbeitnehmeranwälte, die ansonsten recht gerne klagen, von der Erhebung einer solchen Leistungsklage oftmals abraten. Um Ihren Klagevortrag zu substantiieren, müssen Sie sehr genau darlegen, warum der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht dauerhaft in krasser Art und Weise nicht nachgekommen ist. Sie müssen also nicht nur Ihre Arbeitssituation, die Überlastungssituation genau beschreiben. Sie müssen auch die gesamte Vorgeschichte dieser Überlastung mitliefern. Ich wage die Prognose, auch Ihre Klage wird ohne Erfolg bleiben. Der vierte von mir genannte Weg ist deswegen genau besehen kein Erfolgsversprechender. Abschließend habe ich einen letzten Tipp für Sie. Und der ist eine gewisse Zumutung, jedenfalls in den Ohren des einen oder anderen Mandanten. Viele Arbeitnehmer, die sich überlastet sehen und die oft auch objektiv überlastet sind, die können sich gar nicht darauf berufen, dass es der Arbeitgeber sei, der ihm immer wieder neue Aufgaben zugewiesen habe. Viele Arbeitnehmer sind so pflichtbewusst, so sympathisch, so fleißig, so arbeitsam, dass sie sich immer wieder neue Aufgaben suchen. Es erfordert viel Fingerspitzengefühl, einem solcher Art Betroffenen mitzuteilen, dass auch er ein Teil des Problems ist. Denken Sie daran, was ich Ihnen gesagt habe. Wegen Schlechtleistung sind noch die wenigsten gefeuert worden. Mein Name ist Niklas Pastille, Arbeitsrechtler aus Berlin und Referent der WAF. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Überforderungssituation schnellstmöglich, dauerhaft überwinden. Hat's Dir gefallen? Super! Dann sieh Dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für Dich ausgesucht wurde. Hier findest Du ein Gratis-Angebot für Dich als Betriebsrat. Und hier kannst Du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf Dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei!